Jetzt hier mit mir Anime-Action, One Piece, Pirate Warriors 4 und My Hero Wants Justice 2. Los geht's. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Session Let's Play mit mir hier im Hängi. Ich bin leider ganz allein, aber das macht nichts. Ihr seid da. Das geht, ne? Ich spiele, wie gesagt, My Hero Wants Justice 2 und Pirates Warriors 4. Einige kennen das. Das ist ein bisschen Musu-Game, Dynasty Warriors featuring One Piece Charaktere und das One Piece ist ein bisschen wie das die Naruto Ninja Storm Spiele. Ich würde sagen, wir legen einfach sofort los. Wir fangen mit One Piece an, gehen direkt ins Spiel. Story-technisch fangen wir ganz weit zurück an. Also es ist nicht so mit der aktuellen Season, sondern sogar noch einige Sachen aus der ersten Staffel, die ich sogar noch kannte. Ich sag das immer wieder gerne. Ich hab One Piece nur bis Water 7 geguckt und hab sogar den Timeskip damals nicht mehr mitbekommen. Wir sind hier jetzt grad in Alabasta, Rainbase zu Crocodile. Die Storys kennt man wahrscheinlich. Kenn ich zumindest noch. Mit Vivi, Prinzessin Vivi und so. Legen wir mal los. Wir können... Oh, ich hab nur einen Charakter zur Auswahl vorhin. In dem ersten Level hatte ich noch drei Charaktere zur Auswahl. Sanji, Zorro und Ruffy. Jetzt nehmen wir mal Sanji. Bin mal gespannt, was er alles kann. Oh, da. Wir haben einen Charaktere. Ähm, Dynasty Warriors Spiele. Leute, die sie nicht kennen, das ist einfach ein Heldencharakter, tausend Gegner und dann brrrr, brügel, 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 bis die Fetzen fliegen. Alles fliegt durcheinander. Gepublished von Bandai Namco, aber natürlich entwickelt von den typischen Dynasty Warrior Entwicklern. Ich hab die grad nicht im Kopf, aber wir werden es gleich sehen. Es gibt, wie ihr merkt, auch schon drei andere Teile. Ich glaub, den dritten Teil, den gab es auch für die Switch. Den hab ich gespielt. Der war... Nicht so besonders gut. Sorry. Überspreng ich mal. Dezent. Damit wir ein bisschen was von der Grafik sehen. Ich spiel's jetzt an der PS4 Pro. Ich find, die Charaktere sind so... Okay. Ist vielleicht verständlich, wieso es auch noch für Last-Gen-Konsolen erschienen ist. Es gibt nur die japanische Sprachausgabe. Omega Force, genau. Das mit dem komischen W. Das Logo. Das ist ein Omega ist. Griechisches Omega. Miss Bloody Sunday. Ist ein bisschen schade, dass sie nicht bei Arlong angefangen haben, weil ich fand die Arlong-Arg eigentlich ganz cool. Mit den Fischmenschen. Aber die gab es dann beim letzten Pirate Warriors. Hey, mein Mann. Was ist das denn? Ich? Ich bin... 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 Das sind die Telefone, doch. Die Schneckentelefone. Jetzt nicht? Das ist doch... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay. Ich bin... Ich bin... Es ist sehr befriedigend, wenn die Leute hier einfach herumfliegen. Oh, meine Batterie ist gleich alle. Oder mein Akku. Regel mir gleich. Ich sehe, das sind massig Gegner. Ihr macht irgendwelche Kombos und alles geht kaputt. Die Umgebung geht auch kaputt. Das ist ein bisschen schade. Es ist... Das seit Jahren immer diese Klongegner sind. Dass hier immer alle Zeit gleich runterfallen oder stürzen. Es sieht schon... Ich kann schon verstehen, warum Leute Bock drauf haben. Ursprüngliches Dynasty Warrior. Was ich immer erwähne, ist ja... Das mit den drei streitenden Reichen. Im alten China. Mit Cao Cao und so. Aber davon gibt es ja viele Ableger. Das gab ja jetzt auch noch Gundam. Fürs auf den North Star gab es auch eine Zeit lang. Auf der Xbox 360 damals. Dann... Wovon gibt es noch die Reihe. Es gibt voll viele Spin-Offs. Und ich denke... Ich muss sagen... One Piece passt da nicht so ganz rein. Der ist ein Boss-Gegner. Den kommt auch ganz schnell kaputt. Wenn man R1 gedrückt hält, dann hat man hier... Sehen wir rechts, wo mein Bild ist gerade verdeckt. Tut mir leid. Ich sag's gerade so. Aber da sind dann noch vier verschiedene Fähigkeiten. Die ich dann einsetzen kann. Specials. Hyrule Warriors. Ganz bekannter Ableger. Für Nintendo-Konsolen. Gab's auch für 3DS. Auf 3DS würde ich es nicht empfehlen. Hat mega geruckelt. Ähm... Also es ist ganz blöd, wenn ich es jetzt sage. Aber ich denke... Herr der Ringe wäre so das richtige Franchise dafür. Für Dynasty Warrior. Natürlich würde jetzt... Niemand die Rechte für Herr der Ringe jetzt Omega Force geben, damit sie ein Warriors-Game machen. Aber... Das erinnert mich immer stark an Herr der Ringe 1, wo man zum ersten Mal sieht, wie stark Sauron ist. Also wer hier Lord of the Weed gesehen hat, kann sich daran erinnern. Double Kill. Ultra Kill. Monster Kill. Das ist so... Es geht irgendwie in die Richtung. Es ist einfach ein Tastgekloppe. Also für Fans, Dynasty Warrior-Reihe. Ey, da können die ruhig zugreifen. Und Fans von One Piece und Dynasty Warrior, das ist wohl... Euer Goatee. Weil es werden so viele Charaktere da sein. Es gibt so viele Arks hier noch. Guck mal, was ich noch kann. Ich kann Boost haben. Dragon Quest Heroes stimmt. Das gab es auch noch. Dragon Quest Heroes. Dann gab es ja noch Fire Emblem Warriors. Gundam habe ich gleich schon erwähnt. Ey, vielleicht wäre... Was soll ich sagen? Hm... Der One Punch Man gar nicht so verkehrt. So. Ich laufe mir in die Richtung. Das ist cool. Man dascht und die Gegner fliegen auch weg. So muss es sein. Das sind so... Für mich sieht das irgendwann wieder so eine Demo von... So einer... Was soll ich sagen? Älteren Konsole aus, ne? Ey, wir zeigen euch, wie viele Gegner es gibt, wie viele auf einen Bildschirm passen und was man alles mit dem machen kann. Ich bin ja damals bei den PS2 ja gut reingefallen, als ich das Kessen zum ersten Mal gesehen habe. Ich finde, ein normales Kampfspiel von One Piece wäre besser gewesen als jetzt so ein Warriors-Game. Ich weiß halt nicht, warum es sich so etabliert hat. Wahrscheinlich, weil sich die Verkaufszahlen noch stimmen, aber so ein klassisches Kampfspiel wie Dragon World Fighters wäre schon cool. Oder jetzt so wie die Naruto-Games. Warum die Warrior-Games? Ich würde es natürlich interessieren, was ihr denkt, wie... Welches Anime-Franchise oder generell, was für ein Franchise gut zum Warriors-Game passen würde. Mit diesen Massenschlachten. Also, Fire Emblem finde ich, ist da vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber One Piece, man hat in der Serie nie gesehen, dass sie... ...so wie gegen so viele Gegner gekämpft haben. Jetzt die hier verprügeln, die von der Barock-Firma. Resilable, Fishman Arc. Ach, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir gehen dann nachher noch auf ein anderes Franchise, andere Spielrichtung. Ich finde es erstaunlich, dass die Spiele dann sich immer ähneln. Dass es immer eine Art Spielstil für eine... ...für einen Franchise gibt. Die Dragon Ball-Spiele spielen sich alle sehr ähnlich. Es gibt kein Warriors-Game von Dragon Ball. Die Naruto-Spiele spielen sich recht ähnlich. Es gibt auch kein Warriors-Game oder... ...ein Budokai oder Xenoverse. One Piece World Seeker, genau. One Piece World Seeker letztes Jahr, das war eine Ausnahme. Da dachte ich schon, okay, das ist ein interessanter Ansatz. Könnte recht cool werden. Ich muss sagen, One Piece World Seeker war ein bisschen Murks. Ich fand, hiermit habe ich gerade viel mehr Spaß als bei One Piece World Seeker. Weil bei One Piece World Seeker sind da viel zu wenige Gegner. Hier sind es übertrieben viele Gegner, aber das ist Teil des... ...des Musu-Genres. Und da ich die ganze Zeit noch am Labern bin, merke ich gerade auch nicht, wo ich hin muss. Aber, ihr merkt Gerüche. Das ist ja, da muss ich hin. Schlacht um Marien. Aber hier, die Schlacht um... ...hier mit Sir Crocodile. Da hatten auch die Einwohner gegen die Barockfirma gekämpft und gegen die Marinesoldaten. Und die Strohpiraten waren da doch nicht gegen die Barockfirma so gekämpft, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so war. Ich kann mich erinnern, es gab halt sehr coole einzelne Kämpfe gegen Mr. Two. Ein meiner Lieblingscharaktere. So was? Da gab es coole One-on-One-Files. Der Crocodile-Arc. Zwei Tauben. Oh. Crocodile ist aufgetaucht. Was ist das? Was ist das? Hey. Mr. Prince. Ich gehe den Mann im Stadtteil. Ich gehe an die Stadt. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Ich gehe an die Schufe. Ich gehe an die Schufe. Okay, direkt vor dem Casino eine Abreibung verpassen Es ist schön, dass hier Abreibung steht Irgendwie nicht besiegen oder töten Nein, das ist eine Abreibung verpassen Ist ein bisschen schade mit der zerstörbaren Umgebung Es wirkt alles wie Styropor Es hat kein Gewicht Chopper ist die ganze Zeit da und gibt mir ein bisschen Heilung Es ist einfach so absurd wie viele Leute einfach juggelt Schreibt mal ruhig in die Kommentare welches Dynasty Warrior Game oder welches Musu Game eigentlich am besten ist weil ich glaube, da würde ich mich mal ein bisschen reinfuchsen Ich würde gerne die Faszination dahinter auch so ein bisschen mehr verstehen wollen Also ich kann es einen Punkt verstehen wie ich es vorhin gesagt habe Es ist cool, wie die Gegner einfach wegfliegen dass man sich übermächtig fühlt Da muss mehr hinter stecken Gerade bei den Dynasty Warrior Spielen ist ja noch diese cheesy Rockmusik die so überhaupt nicht passt Aber Hyrule Warriors dachte ich so Er könnte auch bei den normalen Zelda spielen ein paar mehr Gegner gleichzeitig kommen Das wäre cool Aber nicht so viele wie beim Musu Game Geh jetzt im Casino Okay, da sind die anderen Geh hin Okay Berserk Ja, Berserk Musu habe ich erwähnt Das gab es ja damals Ne, Berserk habe ich nicht erwähnt Fist of a North Star Aber Berserk gab es auch, ne? Sogar für PS4 erschienen, glaube ich Das hatte Gregor irgendwann mal bei Gameplus Daily gespielt Ich habe noch eine Karte gestårlich Ich habe noch etwas betrogen Ich bin nur ein bisschen drinnen Ich bin nie Und bin auch ein paar Pälegungen Das hast du schon? Du bist schon immer mit 8,7 Sanji-San Wissen Ich kann euch mal was erzählen Mir ist es Moment Ich bin immer nur Das hat sie Abends Grüezy Ja, Fist of the North Star und Berserk bieten sich echt gut an. Gerade Berserk. Gab's nicht noch von... Ich muss gerade überlegen. Fade? Von der Fade-Reihe nicht auch noch? Musu-Game? Fate Stay Night? Und es ist erstaunlich, wie viele Anime-Games jetzt Anfang des Jahres 2020 schon erschienen sind. Also wir hatten ja den Start mit Dragon Ball Z Kakarot gehabt. Dann kam One Punch Man. I hear nobody knows. Direkt darauf kam ja... My Hero Wants Justice und jetzt Pirate Warriors 4. Die kamen ja alle in zwei Wochen-Takt zum Teil. Also vor wenigen Wochen hatten wir den Chiara und ich ja schon... Äh, One Punch Man. Ich sag mal One Piece. One Punch Man gespielt. Und jetzt hier vor zwei Wochen ist ja noch... My Hero erschienen und... Diese Woche... Glaube ich war es ja dann... One Piece. Pirate Warriors. Und jetzt? Ich versuch mich! Mr. Free. War das der Wachsmann? Das war der Wachsmann, ne? Der macht damage! Olo, 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 Olo! Olo, 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 Olo! Juggle, 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 Juggle! Na, da ist ein Panzerung, Schild, okay, komm weg! Prügeln! Besiegt. Wie Classic Naruto damals. Gegner wurden besiegt, in ewigem Schlaf geschickt oder gefangen genommen. Sie wurden nicht getötet. Kein Fire Force Ulti? Noch nicht. Ist ja die Crocodile Arc, da hat er die Technik noch gar nicht gehabt. Oh, Bleach? Bleach hat Ewigkeiten kein Anime-Game mehr gehabt. Es ist ein Action-Videospiel. Ich dachte, PSP habe ich damals welche gespielt, die waren cool. Ah! Wo ist der Crocodile? Ah, ich habe mir gedacht! Oh, der Spiegel! Gehen Sie! Na, gehen Sie! Daher, nach links! Ich überspringe das mal alles, ihr kennt das schon alles, ihr kennt das. Und die Dialoge sind auch nicht so besonders geil gemacht, es ist halt so... so typische... wie soll ich sagen, Anime-Umsetzung. Bleach-Anime kommt zurück. Ich bin auch sehr gespannt. Bleach habe ich leider auch nicht so lange verfolgt. Ich muss sagen, ich beneide sehr One-Piece-Fans, dass sie die Geduld und Zeit haben, das von vornherein mitzuverfolgen. Ich habe nicht mehr die Zeit, mich da irgendwie reinzulesen oder die Serie mir anzuschauen. und ich glaube, ein Level machen wir noch und dann wechseln wir zu... äh, My Hero. Spielen wir Ruffy. Ruffy habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Ruffy im Tutorial, aber Ruffy im Tutorial ist... der hat da schon die ganzen Gears. Lohnt es sich, One-Piece noch nachts... äh, also... nachzuholen? Also, die Hardcore-Fans, wenn ich das immer so sehe... Ey, die feiern das jedes Mal. Aber... Ich weiß gar nicht, wie es so auf der anderen Seite aussieht. Es lohnt sich nicht, sagst du. Nicht den Anime. Ich habe, als ich in Japan war, habe ich, äh, Leute in der Bahn beobachtet, wie... oder einen Typen, der war genial. Der hat One-Piece geguckt, aber doppelter Geschwindigkeit. Er saß da mit seinem Handy und da lief One-Piece in doppelter Geschwindigkeit. Und ich dachte so, okay, das ist normale Geschwindigkeit, weil... One-Piece mittlerweile auch nur aus Standbildern besteht. 30,70%. Ah, hm. One-on-One-Kampf, okay, das hatten wir bisher auch noch nicht, gell? Okay. Okay. Bazooka! Bazooka! Ja, was, die haben noch nicht so coole Moos drauf gehabt damals. Und der hat auch noch nicht seine verschiedenen... Stands gehabt. Wie den Snick, man! Was ist das denn? Gum-Gum-Corona? Aber Raffi! Trifft doch mal! Wo ist ein Blumen? Die Kamera, dass man sie selbst nachjustieren muss, ist ein bisschen komisch. Also das... Ich habe ihn noch schon anvisiert, warum dreht die Kamera nicht mit? Ja, jetzt dreht sie mit. Meiner dreht sie auch nicht mit. Oh, ein Griff! Super! Ich ehl! Ich kann nicht mal noch mal spielen. Das ist, das Buche, der neugierige Stimme. Warum du so? Wie ist das Buche, das Buche? Ja! Meine Gute, Ihr seid noch nie. Aber erommt nicht! Ich habe noch nie gespielt! Jetzt kannst du lieber mehr Gute! Das Buche, der Dschwarte, der Dschwarte, der Dschwarte! Was glaubt ihr? Was wird er enden? One Piece? Oder One Piece? One Piece? Wieso sagen das so komisch? Ihr wisst, was ich meine? One Piece oder Direktiv Con? Was wird schneller ein Ende finden? Es sind ja beide Serien, die ja unendlich lange gehen. Und ich glaube, es sind Serien, die uns alle noch überleben werden. Wobei immer gesagt wird, One Piece endet bald. One Piece endet bald. Er macht fast gar nichts. Er macht fast nichts. Krokodilo. Wrestling Move. Was ist das hier? Oh. Bazuka. Punch? Und das Cinematic? Hatte am Anfang echt lame Moves, muss ich sagen. Direktiv Con ist zu langsam. Direktiv Con hat den Vorteil, das finde ich schön, man kann einfach jederzeit die Serie gucken. Und hat irgendwie Spaß, weil die Fälle einfach in sich geschlossen sind. Es gibt ab und zu, ab und zu, Geschichten oder Story-Arcs, die dann einen Zusammenhang haben und man irgendwie vorher schon was gesehen haben muss. Wissen wir, welcher Charakter ist, aber sonst... Ich habe 50 Bücher des Mangas gelesen. Ich habe 50 Bücher des Mangas gelesen. Ich besitze die sogar. Also... Ich habe irgendwann aber keine Lust mehr gehabt. Ich habe dann letztes Jahr oder dieses Jahr, glaube ich, wieder ein Buch gekauft. Ich habe es gelesen und muss sagen, ist gar nicht so schlecht. Aber wann endet das mal endlich? Hat den Besitzer mittlerweile nicht schon... Das ist jetzt ehrlich, mittlerweile schon ein Smartphone? Das heißt, die Zeit dort ist ja auch irgendwie vorangegangen. No, 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 no. Ja, jetzt habe ich die Sir Crocodile Arc durch, ne? Jetzt kommen wir raus zum Arten. Das ist so schwer, oder? Ich werde es so leichter sein. Cash-Kauf bis zum Ende reiten. Es wird irgendwie Berserk. Ja, stimmt. Hunter, Hunter hat, glaube ich, gar keine Videospiele, ne? Obwohl es auch eine sehr, sehr große und bekannte Marke ist. Hm. Ich, ich mich, Blutishandey. Oh ja. Warum, wenn du dich kämpfst? Du, die D. D? Ja, schlechter Move. Man besiegt den Gegner im Spiel, aber die Cutscene sagt nein. Synchro für die Schüsse. One Piece auf Deutsch ist super. Also, ich finde, ich mag den Sprecher von Ruffy. Das ist, glaube ich, auch der gleiche von Ryoga aus Ranma. Das ist ein fantastischer Sprecher. Ja, und wen haben wir dann noch? Wir haben dann noch Sanji, der gleiche Sprecher wie von ... Yo aus Shaman King. Auch ein guter Sprecher. Generell, One Piece hatte gute Sprecher gehabt. So, ich würde sagen, wir wechseln das Spiel. Ihr habt jetzt ungefähr den Eindruck, es ist ein Musu-Game. Es ist nicht sehr schwierig. Es ist recht einfach. Sehr befriedigend auf die kurze Zeit. Ich will trotzdem alles speichern. Vielleicht spiele ich da noch mal weiter. Jetzt müssen wir das ordentlich speichern. Und ich schließe mal ein Kabel an. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. Ja, Kabel. Okay. Schaffe ich es gleich beim ersten Mal, das Ding zu treffen? Ja. Steckt. Okay. Jetzt gucken wir ein Spiel von eines der neueren Shonen-Manga-Anime. Boku no Hero Academia oder My Hero Academia. My Hero Wants Justice 2. Superhelden-Manga-Anime. Ich bleibe jetzt bei einem von beiden, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich muss sagen, der gefällt mir ganz gut. Ich dachte, ich wollte jetzt gar keine Shonen-Manga-Anime schauen, weil die Dinger sind auch endlos ausgelegt. Naruto viel zu viele Folgen. Jetzt kommt noch Boruto. Kein Bock auf seinen Sohn. One Piece will gar nicht aufhören. Dragon Ball. Hätte ich damals nicht angefangen, würde ich es nicht anfassen heutzutage. Und da gibt es ja noch viele andere. Und ich dachte so, ey, My Hero muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber letztes Jahr, als ich dann auf der Gamescom die Gelegenheit hatte, die Serie mir, also das Spiel mir anzuschauen, dachte ich so, ja, guck doch mal die Serie erst mal an. Fuck, ich bin hooked. Es ist eine sehr gute Serie, die ihr auf Netflix sehen könnt. Und ist Shonen-mäßig recht gut. Held wird immer stärker, stärker, trifft andere Leute. Kämpfe sind geil. Und der Anime macht eine Sache gut. Er ist nicht endlos ausgelegt. Die erste Staffel sind nur, ich glaub, eine Handvoll Folgen. Zwei Hände voll Folgen. Drei Hände voll Folgen. Ich weiß es grad nicht. Zwölf, dreizehn Folgen. Gut komprimiert. Dynamisch, schnell. Und nicht so Standbilder, Standbilder, Standbilder. Okay, Planet Namek geht in fünf Minuten unter. Das geht drei Folgen lang. Hier geht's halt... Hier ist die Action gut. Hier geht's schnell voran. Ich mache jetzt den freien Kampf, weil dann sehen wir halt ein bisschen mehr von den Charakteren. Die Story ist halt... Ist ein bisschen Nacherzählung von der zweiten Staffel. Müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Und es ist tatsächlich wie eine... Wie ein Add-on. Oder ein sehr großes DLC für das alte My Hero. Und das allererste My Hero, was erschienen ist, hatte... Nicht so viele Charaktere. Nicht mal ansatzweise so viele Charaktere wie jetzt. Aber jetzt haben wir ein richtig umfangreiches Feld von Charakteren. Wir haben zwei verschiedene Dekus. Das ist der Hauptcharakter hier. In verschiedenen Stilen und... Vom Spiel her ist es ein bisschen wie Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe. Aber es ist nicht von den Entwicklern der Ultimate Ninja Storm Reihe von Cyber Connect 2. Oder Cyber Connect 2. Sondern von Biking. Die haben, glaube ich, bisher noch nicht so viele Spiele gemacht. Boku no Hiro sind jetzt ihre Ersten. Und, glaube ich, nicht die Ersten, sondern sie sind schon... Spiele, wo sie einigermaßen bekannt geworden sind. Äh, Staffel 4. Sorry, mein Fehler. Von der aktuellen Staffel. Und, äh, die Naruto-Entwickler haben ja jetzt letztens erst Drang Ball entwickelt. Deswegen kann es ja nicht sein, dass sie das hier entwickeln. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie, gleich nachdem Naruto abgelaufen ist, jetzt versuchen, ein neues Naruto für sich zu suchen. Also Bandai Namco. Und das haben sie anscheinend mit Boku no Hiro gefunden. Viele verschiedene Helden-Charaktere. Wir gehen mal... Wen wollen wir sehen? Wen wollt ihr als erstes sehen? Mit wem soll ich als erstes kämpfen? Also, am coolsten finde ich natürlich All Might. Aber da ist wieder das Problem. Er hat zum Teil das Moveset wie aus dem ersten Teil. Also... Ein bisschen schade. Hm... Es gibt ja neue Charaktere, die zum Beispiel letztes Mal nicht dazugekommen sind. Wie hier Sun Eater. Oder hier Mineta. Sind nicht dazugekommen. Von dem Bösen sind jetzt auch viel mehr Leute dazugekommen. Beziehungsweise sind ja nicht die Bösen. Es sind einfach andere Schulen. Ich sag ja Schulen, weil... Ja, Togo. Ja, das ist auch so ein Fan-Diebling. Todoroki. Und dann gibt's noch zwei Neben-Charaktere. Ja, Lemillion. Ist ganz cool. Gehen. Gehen. Okay. So, jetzt mal. Schauen wir's mal an. Es ist ähnlich wie Naruto gemacht. Aber es geht mehr in die Vertikale. Das hatte ich glaube ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Bei dem ersten... Boku no Hero. Kampfspiel. Okay. Wir sind zerstörbarer Umgebung. Woku no Hero. Woku no Hero. Was ist es ungefähr? Oder was für eine Serie ist es? Es ist eine Superhelden-Serie, die ungefähr wie X-Men ist. Jeder... Fast... Die gesamte Bevölkerung hat irgendeine bestimmte Fähigkeit bis auf wenige Menschen. Ich muss technisch wieder reinkommen. Ich hab noch meine Neben-Charaktere, die ich eben gewählt habe. Ich kann dann aushelfen. Oh shit, 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 shit. Ich hab die Steuerung nicht mehr im Kopf. Also Viac ist Punchen, ne? Dreieck ist auch noch irgendwas Großartiges. Ah ja, Kreis ist... Kreis ist Eis. So, was ist das Besondere an Toru Doki? Toru Doki. Sein Vater hat irgendwie Flammenfähigkeiten, Feierfähigkeiten und seine Mutter Eis. Er ist eine Mischung aus beiden. Er soll der allergrößte Held werden. Deswegen... Hat er beide Fähigkeiten. Ah ja, L1 ist Sprinten. Es gibt bei dem Spiel nicht diese Ausweichmöglichkeit wie in dem Naruto-Game oder bei dem One-Punch-Man-Spiel. So mit dem Baumstamm, wenn man gerade in einer Kombo gefangen ist. Aber da kann man wie bei Naruto dann hier seine Nebencharaktere rufen. Hilfe. Das Ultra ist auf 2. Ah, 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 ah! Holy shit, jetzt legt er los. Nein, 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 nein. Hopp. Habe ich ihn? Yes! Gerade noch so. Gerade noch so. Jetzt suchen wir mal heraus, wie die Ultra-Fähigkeit eingesetzt wird. Oder die Ultimate. Okay, ich guck mal kurz nach. Ziel-Kombo. Gegenangriffe. Ah! R1 war das. Unangreifbar. Dann haben wir... Eiswand, Eiswand. Ah ja, Eisberg nicht in der Luft. R1 gedrückt halten. Und dann... Plus Ultra. Die beiden. Dann machen wir mal Kreis. Ich finde, das ist ein lustiges Kampfspiel, was man so am Abend spielen kann mit seinen Kumpels, um alle Fähigkeiten anzuschauen, alle Charaktere, die man kennt. Es macht natürlich immer wieder Spaß, wenn man die Charaktere kennt. Wenn man die Charaktere nicht kennt, ist es dann ein etwas langweiligeres Kampfspiel. Ist nicht auf E-Sport ausgelegt, deswegen... Balancing ist hier eine ganz andere Geschichte. Also keines dieser Anime-Kampffspiele, bis auf Dragon Ball, ist je auf E-Sport ausgelegt worden. Also, wenn ihr damals Naruto Ultimate Ninja Storm gespielt habt, wisst ihr, Balancing ist unter aller Sau bei dem. Aber es sieht immer cool aus. Mal gucken. Ultimate. Schön ausgewichen. Okay, ich krieg mal voll aufs Maul von ihm, damit wir zumindest eine Ultimate sehen, die sich dann auflädt. Das ist eine Plus-Ultra-Leiste, wie ihr da seht. Hallo. Hallo, ihm hat mir volles Fund aufs Maul gegeben. Und jetzt will er nicht mal angreifen. Oh, jetzt macht er es. Ha! Wirklich nicht? Keine Cinematic? Schade. Keine Cinematic. Normalerweise gibt es nette Cinematics, die recht cool sind. Es gibt zum Beispiel die von All Might, die finde ich ganz cool. Da puncht er einen so lange, dass es irgendwie so, wie er als Superman aussieht. Und irgendwann schlägt er einen mit einem Uppercut nach oben, dass er bis zum Orbit fliegt. Sieht ganz nett aus. Charakterauswahl. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Story-Modus halt nicht so umfangreich ist, wie damals bei der Naruto-Ultimate-Ninja-Storm-Reihe. Weil bei Naruto-Ultimate-Ninja-Storm hat man wirklich die Story nachgespielt. Man konnte durch Konoha Gakure laufen. Die Cutscenes wurden zum Teil nachgestellt und sahen besser aus als im Anime. Das war schon echt cool. Und hier ist es... Da ist noch Luft nach oben. Nehmen wir auch Mimineta, ne? Das ist doch einer der unbeliebtesten... Oh shit. Einer der unbeliebtesten Charaktere überhaupt. Ich hasse den Charakter. Aber ich finde es interessant, dass er dabei ist. Den gab es ja beim letzten Mal nicht. Schon wieder, ja? Ne, ne, ne. All for one? Ja, warum nicht? Niemand mag diesen Typen. Niemand. Aber vielleicht ist er als Kämpfer gar nicht so schlecht. Er kann Klebebälle werfen. Die er produziert. Das ist seine Fähigkeit. Klebebälle. Sticky Balls. Jetzt verprügelt er erstmal Oberhau. Okay, er bewirft. Okay, es sieht ein bisschen aus wie... Die Syndra Balls, die aus League of Legends. Ich habe den Boss aller Bosse gerade verprügelt. Okay, ich nehme es zurück. Ja, wie ihr seht, es geht weit nach oben. Es muss sich ja ein bisschen von Naruto abheben. Es ist blocken, es ist blocken. Nicht verprügeln. Das sieht nach Blocken aus. Im richtigen Moment losgelassen. Goddard Krebs, verdammt! Oh, was hat er denn gemacht? Justine! No, du machst shit! No, du machst was. Nein, du machst es wegen der Spiel. Weg, 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 weg. Oh, du hast ein paar plannedäuser. Nicht zu gewinnen! Nein, du verkarst mich. Alles was ist! Bleiben. Wir sind um deine Beine zu Hause! Habt ihr es gesehen? Er ist viel zu klein gewesen Und ein bisschen Damage habe ich auch gemacht Guckt euch mal seinen Helm an Der ist auch ein bisschen kaputt Alter, Oberhaul Musst du aushelfen? Habt ihr es gesehen? Da gab es einen Typen, der hat einen Vogelkopf Krasse Fähigkeit Gelber Megaman Gran Torino Alter, jetzt spammt er es Jetzt spammt er es aber Schluss mit lustig Okay Oh boy Okay, die Runde ist Die Runde hat Oberhaul eindeutig gewonnen Kriegst du ein paar Bälle? Oh, den habe ich ganz vergessen Was bringen diese Bälle? Was bringen diese Bälle? Jetzt kommt Mineta Power Ich bin gespannt, was er macht Okay, eine Ballpeitsche Sag nur wirklich Oder 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 oder? Und warum trägt er eine Windel? warum trägt eine windel warum trägt eine winde welcher hell trägt eine windel alter komm einmal kriegen wir es noch okay ihn zu spielen ist gar nicht so schlecht es ist witzig einen kleinen fokker hier quail man trägt seine unterhose oder man hat den wunsch wenn ich noch mal spielen soll million million hat die gleich vorhin gesehen rente trägt auch eine windel was dann die da können wir ja immer erst mal million und dann auch sanita million ist ein ganz cooler held da kann sein körper transparent machen also er kann durch wände gehen jetzt ein bisschen so wie wie shadow cat aus x-men nur er nutzt es irgendwie ordentlich im gegensatz zu kitty pride war das noch die bright shadow cat x-men allen page warum besteht sein charakter ich finde erst optisch so ein charakter der so überhaupt nicht in diesen manga reinpasst da sieht er aus als würde er zu tim und struppi reinpassen das ist einfach so die das ist die anabolika version von tüm aber ist ein cooler charakter also ich serien finde ich echt cool die 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 Wow, wow, wow. Okay. Das war ziemlich gut. Komm, fang den Punch. Okay, ist nur Punchen. Das ist ja noch was von der Signature. Ah, okay, da macht er es nicht gerade. Invincible. Kann man ein bisschen besser machen. Kann man ein bisschen besser machen. Ah, immerhin sein Signature-Move, sein Power ist dabei. Was war das denn? Ist der Linke, das ist Tim und Struppi. Ja. Wie gesagt, er sieht fast genauso aus. Hm. Ich kann mich noch nicht befreuen. Ach ja, ich habe ja noch die Fähigkeiten. Hm, Deku. Der einzige Grund, weshalb Deku zweimal vorhanden ist, liegt daran, es gibt einmal ihn mit Shootstyle und einmal ohne Shootstyle. Für Leute, die nicht wissen, was sein Shootstyle ist. Irgendwann hat er im Verlauf der Serie herausgefunden, er kann auch seine Füße zum Kämpfen benutzen. Füße und Beine und kann treten. Oh, da bleibt er an der Wand stecken. Nein, nein. Komm, 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 der trifft, der trifft. Nice. Wir machen mal R1, Plus Dreieck und Kreis. Das ist halt, das ist Plus Ultra. Da holt er seine zwei Nebencharaktere, seine Sidecakes mit dazu. Und die machen alle die erste Ultimate. Die ist leider optisch nicht so besonders. Es sei denn, man nimmt einen Kader aus Charakteren, die untereinander harmonieren. Glaube ich. Dann gibt es eine ganz spezielle Ultimate, wo sie dann auch miteinander sprechen und es eine ganz besondere Cinematic gibt. Ich weiß aber gerade nicht, welche Kombination es sein muss. Es kann sein, dass es hier die drei sind. Es kann sein, dass es hier Midoriya, Bakugo und all meins sind. Das hatte ich, glaube ich, übergesehen. Nimm den oben links hier, den, ne? Ich bin der Sun-Eater. Der hat eine ganz coole Fähigkeit. Der kann das, was er isst, zur Waffe machen. Hat er Oktopus gegessen? Hat er Oktopus-Arme? Hat er Hähnchen gegessen? Hat er Hühnerbeine? Top 3 UA. Probieren wir es mal gleich, die Top 3 der UA. Und da muss ich auch hier mal die deutsche Synchro kritisieren. Es ist die UA. Es ist UA. Es ist Englisch U und A ausgesprochen. Warum ist die deutsche Synchro UA? Okay. Okay. Na, kommt es bei dem echt nicht gut. Er kriegt die ganze Zeit Stromstoß. Er Stromschlag. Alter. Ach, Schwertfisch-Technik. Das kommt Baku. Oh. Wie auch geht. Wie ein alter Mann. Mineta. Ich hab dich schon immer gehasst. Fuck. Vollst du noch das mal bekommen. Welche Konsolenspiele spielt das gerade auf der PS4? PS4 Pro gibt es? Also, auf der PS4 Pro. Und das Spiel gibt es auch für die Switch. Okay. Jakobs Muschel-Technik. Oh. Pritzel, pritzel, pritzel. Ich bleibe da stecken. Ich muss hoch. Ja. KI schwankt so ein bisschen, ne? In der ersten Runde eher mehr auf volles Fond aus dem Maul gehauen. In der zweiten Runde weniger. Bei den Naruto-Spielen war ja noch der Unterschied, dass es noch Waffen gab, die sie haben, zwischendurch. Ja, One Piece wurde schon gespielt. Deswegen spiel ich jetzt Boku no Hero. Oder My Hero wants Justice. Okay, ich setz gleich mal Monkey Class Ultra ein. Class Ultra 2. Aber wir sind Finisher. Wir machen es als Finisher. Das ist ganz schön lang. Okay, es will nicht aufhören. Okay. Aber bewegt sich sonst wie ein alter Mann. Also für Fans, ich finde es ein gutes Spiel. Also für Fans, die können ruhig zuschlagen. Bei My Hero wants Justice 2. Das ist ein cooles Ding. Da ist Fanservice pur. Positiver Fanservice. Das ist ein echtes Fangame, ja. Ich weiß, welche drei eine besondere Synergie haben. Dann nehmen wir hier Red Riot. Und ich glaube, die haben eine Synergie, ne? Also jetzt könnt ihr mich ruhig korrigieren. Aber ich glaube, die drei hatten ja in zweiter dritten Haken eine ganz besondere Verbindung gehabt. Sieht doch ja noch Sasuke aus. Das sind alle Sasuke. Das ist auch Green Naruto. Ja, ja, okay. Okay, wir sehen schon, die haben auch eine einzigartige Cinematic am Anfang. Da ist eine Synergie vorhanden. Ich probiere es mal gleich mit dem Plus Ultra hier. Schon wieder Overhaul? Ich habe nicht aufgepasst. Sorry. Äh, nicht Overhaul, sondern hier One for All. Äh, All for One. Unangenehm, unangenehm. Oh, Ultimate. Huf. Huf. Wenn die Gold leuchten, heißt es, der Angriff ist unblockbar. Da sollte man dann ausweichen. Ist aber schwierig, wenn man mittendrin ist. Ja, ha, ha, ha. Ja, fuck. Ich habe nicht geklappt. Round 2. Nein, nicht der Herr Lehrer. Ja, Bakugo, gib ihm. Okay, das Herr der Türkise. Das weiß ich gerade nicht, was das ist, aber... Plus Ultra 2 ist ready. Da können wir mal gleich die Cinematic ausprobieren. Und die beiden sind auch ready. Ich muss ihn jetzt nur ein bisschen runterbekommen. Alter. Alter. Okay, okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Jetzt. Okay, ist nichts passiert. Warum hat es nicht funktioniert? Okay. Ich gucke mal schnell nach. Drei Balken sind es. Ich hatte nur zwei. Ich dachte, ich müsste zwei benötigen. Okay, dann muss ich auf Risiko gehen. Ich verprügel ihn jetzt, bis er down ist. Dann lasse ich mich ein bisschen verprügeln. Sammle meine Plus Ultra-Leiste auf. Okay. Plus Ultra's ready. Ein Plus Ultra brauche ich noch. Okay. Jetzt gib mir. Gib mir. Ich block es auch. Ist ganz schön risky. Der killt mich noch. Der killt mich noch. Okay. Fuck. Jetzt habe ich das Plus Ultra verbockt. Ja. Es tut mir leid, dass ich es gegen Ende verbockt habe, indem ich zu viel kassiert habe. Aber das passiert halt. Das gehört leider dazu. Das waren jetzt One Piece Pirate Warriors 4 und My Hero Wants Justice 2. One Piece bin ich noch so ein bisschen. Ist nicht so für Dynasty Warrior Fans, aber Fans von Boku no Hero, hier macht ihr nichts falsch. Ist doch ein bisschen teuer, aber wartet ein bisschen ab. Ist günstiger. Dann schlagt zu. Ist ein cooles Spiel für Fans. Jetzt gibt's das Homeoffice oder Update aus dem Homeoffice. Ich glaube, heute werden wir an Diabilder angeschaut oder Fotos, alte Bilder. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit dem folgenden Programm. Und 19 Uhr gibt's ein VOD zu Valorant. Ich hab mir das Spiel angeschaut. Schaut's euch an. Viel Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao.